So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit der Aufgabe Sammle Ressourcen in Retribution, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich denke mal die beiden einfach das Holz in diesem einen Modus und die Aufgabe zählt. Es hat gezählt. Das heißt eigentlich, die Aufgabe wird funktionieren. Wie geil ist das denn? So, aber wir gehen jetzt erstmal rein und sammeln die Ressourcen. Das ist ein Erlebnis, weil diese Aufgabe, die nervt schon so lange. So, bla bla bla, ab rein in den Kreativmodus, nur damit ihr halt den Weg kennt. Deshalb zeige ich das gerade schon mal, weil es gibt immer wieder einige, die wissen halt nicht, wie komme ich in den Kreativmodus. Ganz ehrlich, mit dem Kreativmodus habe ich 0,0 zu tun. Selbst ich muss da immer gucken. So, aber natürlich danke erstmal für jetzt 1.240 Abonnenten und Gruß geht erstmal raus an alle Neuen. Und falls du noch kein Abonnent bist, gerne auch jetzt du ein Abo dalassen, weil wie gesagt, ich lade euch alle Aufgaben hoch. Ich habe dir mit Sicherheit auch schon mal geholfen, eventuell. Und so ein kostenloses Abo kostet dich ja auch nichts. So, wir müssen hier rein. Das ist genau das in der Mitte. So. Und falls du sogar Lust hast, ein Skin zu gewinnen, dann wäre das Abo natürlich auch noch weniger schlecht, weil wir verlosen nämlich am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr ein Skin. Aber dafür musst du mir schon mal auf jeden Fall eine Freundesanfrage schicken an yt-familyx, so wie es oben links steht. Falls du dir das nicht merken kannst, schreib es dir auf, mach gerade Pause. Aber schick mir eine Freundesanfrage, weil ich kann nur Skins verschicken an Leute, mit denen ich schon 2 Tage befreundet bin. So. Das war das. Jetzt gehen wir erstmal rein in die Aufgabe. D, 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 D. Na komm schon. Heute noch. Heute noch, heute noch, heute noch. Wart ja mal Zeit. So. Wir kriegen eh nur eine Pistole am Anfang. Und als kleinen Tipp, wie gesagt, ich habe immer nur diese Waffe benutzt. Ich weiß nicht, ob du das andere Video von mir gesehen hast, aber ich benutze nur die Waffe und kaufe mir dann hier an dem zweiten Automaten die Munition. Also ich mache es nur damit. Ich werde es euch jetzt halt einfach mal ein bisschen demonstrieren. Mal gucken, ob ich die Aufgabe direkt im Bett fertig mache. Aber das müssen wir jetzt einfach mal gucken. Also hier das Holz müsst ihr auf jeden Fall einsammeln. Hä? Hat das? Ne. Ja, 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 das war schon ein Fail des Jahrhunderts. So, und denkt dran, es geht nicht darum, die zu töten. Dadurch bekommt ihr zwar Leben, es geht halt wirklich nur um das Holz sammeln und einfach überleben. Im Prinzip halt einfach vor denen wegrennen. So, jetzt mache ich gerade selber, weil mit dem Holz habe ich nämlich selber wirklich nie geachtet. Also ihr seht oben rechts, die Zeit läuft nämlich einfach. Und im Prinzip müsst ihr halt nur vor denen weglaufen. So, immer schön so halb im Kreis. Gerade die ersten Level, da geht das eigentlich simpel. Jetzt hoffe ich nur, dass die Aufgabe auch am Zählen ist. Und dass auch das Holz gemeint ist. Das Problem ist, jetzt sehe ich selber nämlich noch nichts. Aber Ressourcen sind ja wohl eindeutig Holz. Und die meinen nicht die Munitionskisten. Aber wir werden das natürlich direkt ausprobieren. Weil es zählt nämlich irgendwie nichts. Jetzt sag ich nicht, die nächste Aufgabe ist auch schon wieder verbuggt. Ach, dieser Kreativmode, das kostet mich echt nerven. So, dann gucken wir jetzt erstmal nach ner Munitionskiste. Ja, ja. Ja, ja, übertreibst doch. Ja, lad doch mal schnell danach. So, wir gerade die Munitionskiste aufmachen. Nein, das zählt nämlich auch nicht. Ja, ja, ja. Alles entspannt. Das war mal ein Leck vom Allerfeinsten. So, weiter Holz sammeln. Wie gesagt, wenn ihr die tötet, bekommt ihr Leben wieder. Also macht euch da mal nicht bekloppt. Weicht den auf jeden Fall aus. Aber ich lasse mich, glaube ich, jetzt mal extra töten, weil ich einfach wissen will, ob das zählt mit den Ressourcen. Weil ansonsten ist diese Aufgabe nämlich wieder verpackt. Aber so müsst ihr sie halt machen. Ja, das mit dem Töten hat auch super geklappt. Aber wie gesagt, nur die Waffe hole ich immer. Und die Munition. Ich will mich auch jetzt extra töten lassen. Damit wir einfach sehen können, ob das dann zählt oder nicht. Also falls es bei dir jetzt schon zählt, dann sei glücklich. Weil bei mir zählt es nämlich gerade irgendwie noch überhaupt nicht. Und in die Aufgaben kann man im Creator-Modus leider nicht reingehen. Aus dem Grund lasse ich mich jetzt einfach töten, nur um rauszubekommen, ob es klappt oder nicht. Na kommt, macht hin. Zack, zack. Ja, ja, zack. So, jetzt gehe ich mal gerade wieder zurück. Zurück zur Insel. Alles ganz normal. Hä, ich habe gesagt, zurück zur Insel. Äh, Match verlassen, er zu Logi. So, jetzt hoffe ich, dass wenigstens das gezählt hat. Weil nicht, dass schon wieder die nächste Aufgabe verpackt ist. Komm, lad schneller. Das wäre nämlich richtig blöd. Und? Es zählt nicht. Warum zählt denn diese Aufgabe wieder nicht? Mann, 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 ey. Was ist denn bei Fortnite los? Also, wie gesagt, so müsst ihr es eigentlich machen. Aber derzeit funktioniert diese Aufgabe leider auch wieder nicht. Ich werde natürlich auch da direkt in die Kommentare schreiben oder die anderen werden es machen, sobald es wieder funktioniert. In dem Sinne, haut rein und regt euch nicht so viel auf, weil wir können leider auch nichts dran ändern. Dafür funktioniert anscheinend hier oben die Mission wieder. Also, das eine funktioniert und das andere leider nicht, weil Ressourcen sind in meinen Augen Holz. Anders kann ich mir das jetzt gerade auch nicht erklären und Redemption ist definitiv dieser Modus. In dem Sinne würde ich sagen, wir müssen wieder warten, bis es funktioniert und habt Geduld. Und tschüss.